Das Sternzeichen Steinbock ist ein Inbegriff von Zielstrebigkeit und Verantwortungsbewusstsein, charakterisiert durch seine praktische und disziplinierte Natur. Stärken wie Ausdauer, Geduld und strategisches Denken stehen Schwächen wie Pessimismus, Sturheit und manchmal übermäßige Vorsicht gegenüber. Schreibt euer Sternzeichen in die Kommentare und erzählt uns, wie ihr die Eigenschaften des Steinbocks in eurem Leben oder im Umgang mit Steinböcken erlebt habt.